moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr die wochen herausforderung 7 lösen könnt bei der ihr bei catty corner drei wollknäuel finden müsst und zwar leute ich zeige euch das bei der wiederholung weil das wird mir ingame nicht angezeigt aber bei der wiederholung schon und darum zeige ich euch das jetzt mal ihr seht ja hier ich bin bei catty corner hier unten haben wir die tankstelle leute und wenn ihr hinter der tankstelle seid da haben wir schon den ersten wolknäuel die sehen dann so aus leute da geht ihr dann einfach hin und sammelt die auf ok leute gehen wir weiter zum zweiten und zwar wenn ihr den aufgesammelt habt leute geht ihr geradeaus weiter da wo der tresor ist darüber in dem container leute dort haben wir schon den zweiten und wenn ihr den habt dann gehen wir zum dritten geht ihr hinter dem container hier hoch bei der chest da haben wir auch schon den dritten so das war es dann auch schon mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja schreibt mir doch in die kommentare lasst ein like da und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten und bis zum nächsten mal